Dieser Podcast wird präsentiert von Genius Alliance. Es wird wieder Zeit für eine neue Folge hier im Genius Angel Podcast, frisch produziert in der Podcast Manufaktur. Mein Name ist Norman Müller und das Thema der heutigen Folge lautet, verkaufe deinen Kunden nicht, was du selbst liebst. Und wenn sich gerade so ein paar Fragen zwischen den Ohren ergeben, dann ist das absolut gerechtfertigt und wir werden gleich darauf eingehen. Aber bevor es losgeht, noch einen kleinen Reminder. Wenn du diesen Podcast oder die Podcast-Folge hier zum ersten Mal hörst oder schon alle über 1100 Folgen gehört hast und noch nicht diesen Podcast bewertet hast bei Apple, bei Spotify, dann würde ich dich bitten, das genau jetzt zu tun. Wir machen eine kurze Unterbrechung, die reicht aus, um die Bewertung zu machen. Ich freue mich sehr, wir lesen die alle durch und die ein oder andere lesen wir dann hier in den nächsten Folgen vor. Vielen Dank schon jetzt dafür, auch im Namen meines Teams. Wir machen eine kurze Unterbrechung und dann geht's los. Bis gleich. Verkaufe deinen Kunden nicht, was du selbst liebst. Ich weiß genau, was durch deinen Kopf ging, als du diese Headline gehört hast oder vielleicht gelesen hast. Nämlich die Tatsache, dass wir natürlich hinter den Produkten stehen müssen, dass wir natürlich die Produkte, Dienstleistungen oder Services, die wir verkaufen, ja vielleicht nicht lieben. Aber wir müssen zumindest sagen, hey, das ist ein ganz konkreter Nutzen für meinen Kunden. Und ich habe euch zwei Beispiele mitgebracht heute, an denen ich erklären möchte, was im Grunde der Sinn und Zweck des Verkaufens ist. Ich habe zum Beispiel von einem Podcast-Kollegen von mir gelesen, Namen nenne ich hier nicht, wie er versucht, Unternehmen für das Thema Podcasting zu begeistern. Sowas muss ich natürlich total unterstützen, weil ich natürlich möchte, dass die Podcast-Szene in Deutschland einfach weiter wächst. Deswegen freue ich mich über jeden, der da draußen irgendwie was für Unternehmen macht im Bereich Podcasting und am besten Digitalvertrieb. Dieser Kollege hier, der macht das Ganze für Sichtbarkeit, Reichweite und so weiter. Das ist ja bei uns eher so eine untergeordnete Geschichte. Wir wollen ja zum Beispiel neue Kunden gewinnen mit einem Podcast oder wir wollen ganz konkret Fachkräfte finden für unser Unternehmen oder wir wollen den Change-Prozess in unserem Unternehmen mit einem Podcast begleiten und so weiter. Also das sind ganz andere Ansätze. Aber was dieser Kollege macht ist, also man merkt, dass er das Podcasting liebt und er schreibt in seinem Post rein, dass es ja Unternehmer gibt, die sich irgendwann mal wünschen, einen eigenen Podcast zu starten. Und er schreibt dann, was da alles an ewig viel Aufwand entsteht und damit verbunden ist und dass er das Ganze natürlich lösen kann. Jetzt kann ich mir aber nicht so gut vorstellen, dass morgen ein Unternehmer, der zum Beispiel im Bereich Fashion unterwegs ist oder eine Unternehmerin, die irgendwelche krassen Technologien entwickelt, morgens aus dem Bett springt und sagt, hey, weißt du was, Podcast ist mein Ding. Ich muss jetzt unbedingt Podcast machen. Ich glaube, das machen Unternehmer und Unternehmerinnen einfach nicht, sondern die sind natürlich in ihrer Kernkompetenz. Das heißt, ich muss doch in meiner Überlegung den Ansatz finden, dass ich sage, was ist die Lösung, die der Podcast erzeugen kann. Also auf was ist der Podcast die Antwort? Wenn ich sage, ich gewinne Neukunden, indem ich meine potenziellen Wunschkunden in meinem Podcast zum Interview einlade, dann ist der Podcast lediglich ein Tool, ein Werkzeug. Das ist wie, ich will mit meinem Team besser arbeiten und setze auf Slack oder ich möchte irgendwie eine gewisse Sichtbarkeit in einem sozialen Netzwerk haben und ich setze auf LinkedIn. Und so sage ich halt, ich habe keinen Bock mehr auf Kaltakquise und ständig absagen, ich muss effizienter im Vertrieb arbeiten, also setze ich einen Podcast ein, beispielsweise. So, das heißt, mein Kollege verkauft hier seine pure Leidenschaft, die ich absolut teile und unterstellt, dass Unternehmer sich ab morgen wahrscheinlich dringend einen Podcast wünschen. Das kann in Einzelfällen der Fall sein, aber eher in Ausnahmefällen. Das heißt, wir müssen so ein bisschen weg von unserem Lieblingsprodukt hin zu, was wünscht sich eigentlich mein Kunde. Ein zweites Beispiel. Ich habe mich mal ein Jahr lang von einem großen Versicherungskonzern so richtig im Vertrieb ausbilden lassen. Ich wollte einfach alle Vertriebstechniken und psychologischen Tipps und Tricks und auch Maschen von Versicherungskonzernen wollte ich einfach kennenlernen. Also habe ich mich da ein Jahr lang wegschließen lassen, wirklich so, auf dem Land, wo es einfach gar nichts gab. Und dann habe ich wirklich von Montag bis Freitag gelernt, wie verkaufen geht. Also so richtig, wie man an der Haustür wildfremden Menschen klingelt und versucht, mit denen irgendwie ins Gespräch zu kommen. Wir haben dann nichts Konkretes verkauft, zumindest war das nicht das Ziel in diesem Jahr. Aber wir hatten natürlich schon auch eine praktische Woche und in dieser praktischen Woche sollten wir in einer Agentur arbeiten. Und in dieser Agentur sollten wir, das war die Aufgabenstellung, so viele Unfall, jetzt muss ich überlegen, wie das heißt, ich glaube Berufsunfähigkeitszusatzversicherungen verkaufen, wie wir konnten. Der Vorteil dieser Versicherung, es war eine Zusatzleistung und diese Zusatzleistung kannst du am Telefon abschließen, brauchst du keine Unterschrift. Und wir also in die Agenturen rein und so weiter und die Leute haben alle telefoniert. Am ersten Tag kamen wir dann wieder zurück in diesen Landgasthof, also wie gesagt, da gab es gar nichts. Also nach 18 Uhr war das Abendessen das letzte Highlight an diesem Tag. Man konnte nicht weggehen, ich war jung, es war einfach egal, sehr traurig. So und dann habe ich natürlich mal gehört, was meine Kollegen da so gemacht haben und so weiter. Und die ersten haben vielleicht sogar schon den ersten Vertrag verkauft, ich weiß nicht mehr so genau, aber bei mir war gar nichts. Völlige Katastrophe. Und jetzt läuft die Zeit natürlich so ein bisschen gegen dich, weil der nächste Tag ist dann schon der Dienstag und dann bleiben effektiv vielleicht noch vier Tage und dann war es das auch schon. Freitag um eins, da erreichst du sowieso keinen mehr. So, also was habe ich gemacht? Ich habe gedacht, wenn ich da anrufe, werden die nicht auf meinen Anruf gewartet haben und sagen, endlich ruft der Norman an und verkauft mir eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Sondern ich habe mir einfach den Datenbestand genommen der Agentur, habe die Verträge mir angeschaut, habe mir die Personen rausgesucht, die die meisten Verträge hatten. Also habe mir quasi so die Top 50 rausgelassen und habe diese Verträge optimiert. Also es war damals die Möglichkeit, verschiedene Verträge konntest du bündeln, dann gab es so eine Art Bündelbonus, ich weiß gar nicht, ob das es heute noch gibt. Dadurch konnte ich die Versicherung günstiger machen und konnte diese Zusatzleistung mit inkludieren. So, das heißt, ich rufe den Kunden an, war mein Plan und sage, hey, du hast bei uns ganz viele Versicherungen, ich habe die jetzt alle für dich optimiert, du hast mich nicht danach gefragt, das ist ein super Service unserer Agentur. Das Ding ist günstiger geworden, also weiß ich nicht, im Monat 50 Euro günstiger. Ist euch das schon mal passiert? Oder dir? Kannst du da kurz mal nachkramen in deinem Kopf? Also mir ist das noch nie passiert, dass mich ein Versicherungsmakler anruft und sagt, hey, deine Versicherung ist günstiger geworden oder ich habe deine Tarife optimiert. Ja, das wollen die alle nicht. Das Problem ist nämlich, wir haben unterschiedliche Ziele. Der Kunde hat das Ziel, ich will so wenig wie möglich zahlen, um mein Risiko höchstmöglich absichern. Der Versicherer hat das Ziel, möglichst viel Prämien einzukassieren und möglichst wenig Risiko zu versichern. Also, und diese Lücke musste ich schließen, in diesen verbleibenden vier Tagen. Also, wie gesagt, ich habe die Verträge optimiert und konnte die Leute dann anrufen und sagen, pass mal auf, du hast bei uns ganz viele Verträge, ich habe hier so eine Art Bonus angewendet, dadurch sparst du dir 50 Euro. Die Berufsunfähigkeitsversicherung ist eine Zusatzleistung, ich kann das alles in einem Paket kombinieren. Da bezahlst du von den 50 Euro, die du zurückbekommst, noch 25 für die BU und damit hast du ein Guthaben, bist besser versichert und alle Verträge sind optimiert. Ist das ein Angebot? So, und dann haben 35 Leute gesagt, top, die Wette gilt. Das heißt, ich habe in den verbleibenden vier Tagen 35 Verträge abgeschlossen am Telefon. Und das Interessante ist, es waren nicht nur die Verträge, sondern ich habe glückliche Kunden gehabt, die das natürlich nicht glauben konnten. Ich meine, es war auf dem Dorf eine kleine Agentur irgendwie angeschlossen an eine Reifeisenbank, glaube ich, war das. Also, das war super konservativ. Kein Mensch ruft da jemanden an und sagt, ich habe da irgendwas optimiert oder sowas. Also, das war ein absolutes Novum. Aber jetzt kannst du dir vorstellen, wie fühlt denn sich ein Versicherungsnehmer, der angerufen wird, wo Verträge optimiert werden, wo ich besser versichert bin und vielleicht sogar noch ein bisschen Geld spare im Monat? Wahnsinn! Darüber brauchen wir doch gar nicht reden. Das heißt, das, was ich machen wollte, also ich wollte ja eine hohe Verkaufsquote abschließen, musste absolut in Einklang sein mit dem Nutzen für meinen Kunden. Und jetzt kannst du dir natürlich vorstellen, das war ein Invest in eine langfristige Kundenbeziehung. Ja, ich habe meinen Soll erfüllt, mein Ziel erreicht und eine langfristige Kundenbeziehung hergestellt, indem dieser Kunde natürlich den nächsten Anruf eines anderen Verkäufers meinetwegen ganz anders wahrnimmt, als wenn ich nicht angerufen hätte. Ja, wenn dann wieder einer angerufen hat, was willst du mir heute verkaufen? Ja, ihr wisst doch, wie das ist. So, das heißt, ich habe das Mindset in den Köpfen der Kunden einfach dahingehend verändert, dass sie offen sind für weitere Verkaufsangebote aus dieser Agentur. Und das ist meine Botschaft heute für dich mal darüber nachzudenken, wie verkaufst du eigentlich deine Produkte, Services und Dienstleistungen heute im 21. Jahrhundert? Was hat sich in den letzten Monaten, Jahren in deiner Vertriebsstruktur, in deiner Vertriebsstrategie verändert? Und ist es nicht mal Zeit, darüber nachzudenken, im Sinne des Kunden, also wirklich nutzenorientiert, diese Strategie weiterzuentwickeln, vielleicht sogar neu zu erfinden? Manchmal muss man auch sagen, okay, das hat jetzt irgendwie ausgedient, es ist vielleicht stagnierend gleichbleibend, was so viel heißt wie, es bewegt sich nichts mehr. Oder ist es wirklich noch, hat es noch was mit Wachstum zu tun? Und egal in welchem Business du bist, ein ganz kleines Business oder ein ganz großes Business, auf diese Weise sich mal wirklich mit der lösungsorientierten Strategie auseinanderzusetzen und zu sagen, wie verkaufe ich eigentlich hin zum Kunden? Also wie schaffe ich es, eine Beratung zu machen? Und das habe ich versucht mit meinem Beispiel klar zu machen. Also ich habe nichts verkauft, ich habe Beratung, ich habe was optimiert, ich habe was generiert, nämlich neuen Raum für eine zusätzliche Leistung und habe dann noch eine Vergünstigung hergestellt für den Kunden. Also kleine Inspiration für diese heutige Podcast-Folge. Ich hoffe, dass dir das geholfen hat, dass dir das weiterhilft. Ich hoffe, dass es meinem Podcast-Kollegen weiterhilft, mal über seine Strategie nachzudenken. Vielleicht hat er noch einen Tipp für mich. Ich weiß nicht, wer das hört hier. Aber ich freue mich natürlich auch, wenn ich so den einen oder anderen Tipp auch von außen bekomme. Weil ich glaube, wir können einfach nur, gerade vertrieblich, gerade in dem, was wir gerne tun, ich bin leidenschaftlicher Podcast-Producer, also von dem her brauche ich jeden Tipp, den ich irgendwie kriegen kann. Und wenn ihr einen habt, sehr gerne in den Kommentaren unter die Show Notes dieser Podcast-Folge. Ich wünsche euch was, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.